Jetzt muss ich meinen Esel jedes mal mitführen hier. Komm mal vor, ob ich mich selbst mitführen würde. Wo ist denn jetzt dieses Viech? Es sind zu viele... Ach hier ist es, da. So warte, ich habe am Anfang die ganzen Quests bewusst angenommen und gelesen, genau was ich weiß. Jetzt lasse ich mich wieder von allem ablenken hier. Ach der Hof von Alejandro. Also das Schöne am Spiel ist wirklich dieses mit diesem M-Druck. Warte mal, ist das alles soweit? Moment, stopp, 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 stopp. Der da? Ist auch da hinten, okay. Stopp, stopp. Und das andere hier? Der da? Okay, das ist alles da hinten irgendwie. Und dann fangen wir an mit dem Alejandro. Ich glaube, der ist der Nächste. Nee, der andere ist eigentlich direkt gegenüber. Ist ja egal. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur zumindest habe ich gelesen, welche Quests ich angenommen habe. Aktuell. Weil ich habe da vorher acht Quests da und ich möchte zumindest lesen, welche Quests ich zuletzt angenommen habe. Hey Reeds, geht das dir? Wie geht's dir? Oder wie ist es dir ergangen in der Zeit? Was muss ich hier machen? Ja, nimm mal. Servus. Was geht ab? Also, ich brauche sowas wie Private hier. So eine Weltraumschrift-Spiel. Im Weltraum rumfliegen, Aufträge annehmen. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, wer Private hier kennt und geliebt hat, ist mein Freund. Automatisch. Kappa. Ja, Erzi, grüß dich. Da bist du ja Priya-Anhang, wa? Kann ich sagen. Servus. Jo, passt. Läuft. Läuft soweit. Ich bin hier gerade am neue Spiel testen und rumprobieren. Warte, ich muss erst mal muten hier. Ich töte Kuckucks Nester. Kuckuck wäre doch ganz cool für Arcarino. Oh, der ist ja schon tot gewesen. Und linke Maustaste. Bam. Super. Ups, ups. Da. Also, Private hier. Private hier eins. Beste. Rumfliegen im Weltraum. Aufträge annehmen. Sachen hin und her schmuggeln. Aufpassen, dass man vor der Polizei nicht erwischt wird. Vielleicht den Piraten sich kurz anschließen und dann wieder weg und so. Also, war echt schön. Also, hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Nicht mehr lange. Achso, wegen dem... Oh, 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 oh. Wegen dem Photoshop hier. Oh. Kannst du alles in Star Citizen machen? Ui. Kann man da auch schön mit Joystick fliegen? Ist halt leider alles so... So Nischenprojekte sind das halt. Finde ich halt schade. So was geliebt und gesuchtet hier. Da kann man so süchtig werden nach dem Rumfliegen. Ist ja... Ist ja wie Questen hier nur im Weltraum. Das ist voll cool hier. Ne, nach der Aktion, die man dann wieder ausführen muss. Bäm. Jawoll. Achso. So was machst du Skylines. Gehst du in Snowfall schon draußen? Ist denn der Schneefall schon da? Möchte mein Freund wieder was von mir? Von wem werde ich hier angeworfen? Von dem Penner oder was hier? Gleich spiele ich dich auf. Erstmal wegkicken hier. Kannst du mit allem fliegen. Joystick, Joystick, Joystick. Okay, super. Aber am geschmeidigsten ist es halt doch mit einem Joystick. Ich habe nur keinen gescheiten. Ne, von früher kann man nicht mehr anschließen. So richtig. Ich habe ja zwar so ein Gameport to USB-Adapter, aber ob das alles so toll funktioniert. Schuhe wären stärker. Nehme ich die Schuhe. Ey, schon wieder. Ich wollte gerade die Quest abgehen. Min-Kobold, ich spieße dich auf. Mehrfach. Obwohl ich nur ein Schwerter habe. Wurde ich mehrfach aufspießen. Echt, bin ich beim 15er Grinding-Spot? Mal gucken hier. Da, Schuhe. Was geht's? Ja. Ich war vorhin bei einem Spot, da habe ich dauernd 5, 6 Wölfe gekillt und sofort sind sie wieder gespawnt. Was kriege ich denn so pro Level, also pro Punkte? 25,959. Dann lasst mich mal einen killen und schauen, was ich dann bekomme hier. Achso, ja, da müsst ihr mich erinnern. Ja, echt, das ist mit dem RR. Der wird auch so dezent angezeigt, nur der Loot. So, hier. Hm, da ist Loot. Ich habe hier am Anfang aber gesagt, wenn wir so einen Grinding-Spot finden, dann machen wir einfach 1, 2 Level. Ja, Fisch-Simulator, super. Das kann man ja hier auch machen, fischen. 27,661. Das muss ich mal einen killen hier. Aua, was ist das? Es geht eigentlich, es geht gar nicht so viele. Am Anfang habe ich für einige weniger 2, 3 Prozent bekommen. Mal hinkicken, erstmal hier. Das. Ich hatte das erst genau. 1, 2 und 3. Schon vorher tot. Ach, Loot, ja, stimmt. Ja, da kommen ja so viele und ich bin am Kicken von einem zum anderen. Ich brauche aber die Silbermünze. Ich muss 100.000 Silbermünzen sammeln, damit ich die Gilde machen kann. Und dann bin ich meine 100.000 Münzen erstmal los. Wow. Alle anderen können sich was kaufen. Ich müsste Gilde zahlen. Schnief. Hast du einen neuen Simulator für uns, Keksi? Ich möchte unbedingt den Holzfäller-Simulator spielen. Was habe ich denn, du liebst, verpasst? Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, komm. Ich wollte nur mal kurz, mal kurz wegschauen. Ich glaube, ich habe ihn noch runterscrollen hier. Verdammt. Lass mich mal schauen. Ich habe doch hier aufgeschrieben, Holzfäller-Simulator. Holzfäller-Simulator. Am 26.02. Fuck, ich habe das verpasst. Ich wollte das doch da spielen. Wer? Okay. Am 26.02. Ich habe schon voll vergessen hier, Keksi. Wie hast du das nicht gesagt? Das wäre das Spiel des Jahres geworden für uns hier. Ja. Wenn man stirbt, dann verliert man 2% hier. Aber ich habe so viele Spells, brauche ich alle gar nicht. Ich habe noch kein einziges Mal einen Halsrand benutzt. In der Beta alle paar Minuten. Was meinst du? Du hast ja vergammelte Butter im Kühlschrank. Schmeiß die weg. Hallöchen. Abgeschlossen. Wow, hier. Aber man kriegt gar nicht so viele Punkte. Ab Level 15 war das schon langsam mit dem Ganzen. Ja, also 9.20. Nee, gar nichts. Auch keine... Auch keine Leute, die da stehen und... So viel bei der Beta war nicht. Einfach normal gelevelt. Wie beim Fisch-Stimulator oder was? Das wäre doch super sowas für Fisch-Stimulator. Aber nicht geht über den Holz-Stimulator-Simulator. Beste. Ey. Lass doch mich hier. Ich rette den Nuri hier. Oh. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich nicht hier. Ich weiß, dass es hier Punkte gibt. Es gibt ja kaum welche. Ich will so viele Sachen noch machen. Bäm. Aufspießen und auf den Boden. Aber braucht man alles gar nicht. Aber mit Fieber schlägt man auch eigentlich noch mal schlecht. Hab man zwar so Fieber... Äh, Träume, komische Fieber-Gedönse da. Also, Glückwunsch, Keksi. Äh, ich meine... Glückwunsch und gute Besserung. Als Medizin kann ich diesen Stream hier anbieten. Aber sei vorsichtig. Die Krankheit wird vielleicht zurückgehen. Aber der Wahnsinn wird größer. Zumindest, denke ich, jetzt ans Looten hier. Eine Krankheit geht, die andere kommt hier. Grüß dich. Halo-Booster. Ja, die refokussiert sich schon in ein paar Sekunden. Jetzt noch. Ist er? Ein bisschen mehr mit den Händen rumgefummelt. Dann geht das wieder. Und nee, sie war doch nie unscharf. Also, bei mir doch nicht. Mal gibt es bei mir scharfe Sachen, mal gibt es was weniger scharfe Sachen. Aber fokussiert es sich doch immer. Aber 12 Silber-Wünslinge, kriegt man später mehr für die Sachen. So, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Oh. Ja. Halo-Booster. Merci dir für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show. Und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause. Einfach so ganz frech. Aber ganz frech, mein Freund. Oder meine Liebe. Ja, also, ich kann mich ja gar nicht so einfangen mit der Kamera, so scharf, wie ich bin. Deswegen, deswegen kann ich nur die Hände einfangen. Und die Kamera kann das so ein bisschen kompensieren. Aber das Ganze, ne. Die, diese, diese Scharfheit kann man über die Kamera nicht rüberbringen. Ja, es ist kein Problem. Ich damit, hiermit erkläre ich Skylicker Gaming für uns rechnungsfähig. Kein Problem. Kann ich dir alle angreifen? Wo will er eigentlich hinlatschen, der Typ? Ach so, zur Quest abgeben. Gibt es in dem Dorf hier nix? Sehr gerne. Ach so, ne, das wollte ich ja gar nicht. Also, hier ist doch nichts in dem Dorf. Ich habe ja schon geschaut, aber hier habe ich ja schon alles gemacht. Und auch hier. Was habe ich hier? Schäbige Spitzhacke. 80 erforderlich. Ich tausche, as well, Waffe. Ich habe mich hier niedergelassen. Nö, brauche ich doch gar nicht. Oh mein Gott, mein, mein dummer Esel. Den habe ich irgendwo wieder auf der Straße gelassen. Äh, rechte Maustaste. Ne, linke Maustaste. Ich kann doch irgendwie markieren hier. Ui, Kalifornien. Wie ist denn das da? Das Wetter. Ist das auch hier so, so Minusgrade? Ah, der sind da auch so Minusgrade wie bei uns. Reitier ist so weit weg. Ja, dann macht doch ein... Recht. Gehen wir mal da hin. Zum Reittier. Stimmt. Es ist ein, 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 ein scheiß Esel. Ich bekomme ja noch ein Pferd, hoffentlich. Zack. Jetzt können wir gemeinsam dahin gehen. Äh, Hof Alejandro war doch auch hier eigentlich in der Nähe, dachte ich. Ja, siehst du, hier war auch noch eine Quest noch zu machen. Tuck, 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 tuck. Total knuffig, das Vieh. Guck dir mal. Wie toll hier. Warte. Schau, schau, schau. Ja, das ist richtig schön. Schau mal, wie schön das ist hier. Einen Druck machen. So ein Screenshot muss schon sein. Von so, von so einem Esel hier. Ihr habt eine sichere Zone betreten. Was ist das? Geil, der will 24 Kinder haben. Pro Minute. Boah, zwischen 15 und 22 Grad. Wow. Das ist angenehm. Aber ich muss sagen, ich mag hier die Kälte, die wir hier haben. Bin jetzt gar nicht so. Wenn es kalt ist, kann man sich schön warm machen mit einer Heizung. Wenn es heiß ist, ist es irgendwie scheiße. Schwierig, etwas abzukühlen. Hexe beim Hof. Wieso ist die Heshaja da? Hexe beim Hof. Energie benötigt. Acht. Ja, ist noch Energie investieren. Okay. Ne, ich brauch keine Handschuhe. Einfach weitermachen. Kurioser Kürbis. K.K. Ich zieh doch nicht deine ekelhaften Handschuhe da an. Ich verstehe gar nicht, was es da geht. Hier ist es zu dem Fahren, live machen. Keine Ahnung. Was habt ihr wieder für Schweinereien vor? Die hacken irgendwas aus hier. Quest. Quest. Tödliche Windspine im Gang. Ach, ist das mit dem Scheiß Bienengedönse hier. Die Quest hatte mich ja mit der Schwarzmagierin etwas gestört. Oder war schwer. Ich hab so viel Schaden abbekommen. Ich glaub, mit der Uschi weniger. Jetzt müsste ich ja Kicksoße da auch ein im VIP-Bereich. Ich dachte, das sei Skylick exklusiv da. Du meinst dein Kind in deinem Kopf. Keksdose 06. Ach hier. Ach, diese Dinger da killen da. Parasiten da. Stimmt, das war das. Bäm. Ich hab mich schon gefragt, wann die Quest hier kommt. Getreide, Säcke töten. Also Parasiten hier. Ich glaube, Benny ist schon auf dem Weg. Kann das sein? Der Schwarzgärf möchte. Was will denn der Typ wieder von mir? R. 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 Ja. Diener der Dunkelheit. Alles klar. So, hier sind noch ein paar. Komm, Kürbisse. Hier rum, rum, latschen und irgendwas hier killen. Das hier Alchemist hat er schon. Ein schlechtes Omen. Diener der Dunkelheit. Monarch of Darkness will rise again. That's what it said. It says the sealed master is here. It couldn't be. Und yet. Do you know something? No, but I'm sure the chief of Glish. He'll have some insight on this. I'd better go speak with Freharau. Ich verstehe. Ich verstehe. So, irgendein Omen hier. Don't be lazy when it comes to seeking out knowledge. Zack, zack, zack. Alchemy, will introduce you to a whole new world. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann weiter geht's hier. Ups, da ist ein cooler Kürbis, der wird auch so aussehen. Hier. Bis später. Viel Spaß beim Versorgen der Tiere. Ich hab ja gar nichts, was das Schwert hier ist. So... Ja, bitte. Ich seh nur ein komisches Bild da. Ja, du hast schon da reingepostet. Das möchte der nicht hier. For Sale Nuclear Banker. Oh, das ist ja cool. Das ist ja interessant. Haben wir das schon gesehen? Ja, den hab ich. Da muss ich noch sparen hier. For Sale Nuclear Banker. Das ist der. Lampert Smith Hampton. Ach, in England ist das hier. CO. UK. Super. Was... Wie steht denn der aktuelle Preis für das? Achso, genug glaube ich jetzt hier mit dem Typen hier. Gags Gaming Banker. Genau, das wäre... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mal hier irgendwie, mich vom Feldwerk begegnen. Lass mal hier auf die Straße. Aber hier, ich muss was killen. Ich muss was killen. Da ist was orange. Töten. Das ist was anderes orange. Geh weg. Wir haben ja bestimmt einen Weg hier. Ist irgendwas orange auf der Karte. Das heißt, ich muss töten. Was ist denn da orange? Ach, diese Bienen hier. Diesmal habe ich gelernt, die Bienenstöcke zuerst zu kühlen. Es ist effektiver, als die Bienen einzeln zu suchen. Also wenn ich meine, ein Vogel habe, der kann dann alles looten. Alles nach looten. Macht er doch, oder? Er läuft alles überall zurück. Genau. Genau, mach das. Mach, tu das, was sie mit dir immer machen, Kekse. Fui Spaß. Lala mag Kekse, grüß dich. Willkommen. Ja, ist schon eine Weile her. Lala, was geht ab? Nein, falsche Taste. Ich habe hier. Ja, die Bienen sind nervig hier. Der Schwarzgeist möchte schon die ganze Zeit was von mir. Oh, da habe ich vier Quests abgeschlossen. Level 16, 60%. Letztes Mal habe ich sechs Quests abgeschlossen und habe keine Punkte bekommen. Guck nochmal, 60%. Ja, hoffe ich doch. Okay, immer noch 60,72. Oh, die Scheiß Bienen kommen hinterher. Wahnsinn. Gut, mein Pferd habe ich wo gelassen? Irgendwo. Du brauchst keinen Kaffee. Ich komme ja auch ohne Kaffee aus. Ich trinke nur, ich trinke nur Wasser. Wasser ohne Ende. Stopp, hier ist ja nicht weg. Ich weiß gar nicht, also es geht. Finde ich jetzt gar nicht. In der Beta war es schlimmer. Hier, Juggerus. Geste. Immer mal erstmal ein Bier hier. Das ist ja sehr praktisch mit der Infusion hier. Jetzt lassen wir hier. So. Was müssen wir jetzt hier killen? Parasitenbiener. Okay, Questziel erreicht. Direkt abgeben. Aber irgendwas in der Tasche. Oh, jetzt sind ganz viele Sachen noch einmal hier. Kürbissamen. Parasitenlarven. Kürbisranke. Kürbisselbst. Bienenflügel. Honig. Stempf zwei Arbeiterausdauers. Arbeiterausdauer wieder her. Über das Arbeitermenü auf der Weltkarte verwenden. Achso. Bier. Ach, die saufen Bier bei der Arbeit. Und dann sind sie stärker. Geil. Da wird dann bestimmt mehr los sein. Obwohl ich vorhin im Chat gelesen habe, dass zu 90% der Leute vor 100 Euro Paket geholt haben. Aber dann wäre glaube ich mehr los. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es stimmt. Ist halt doch teuer. Milch mit Wasser. Ich mach mal das mal mit Milch. Dreck von der Ziege. Hier ist ein Jäger. Ich höre das. Ein Jäger schießt hier rum. Ja. Ich hab ja den auch gespielt. Was ist denn eigentlich hier? Muss ich dann irgendwas abgeben. Sucht jemand. Hier war ich jetzt schon. Oh Gott. Das war jetzt stopp. Leute. Genau. Hier ist mir den Kürbis. Ach, ich muss da hoch. Stimmt. Das weiß ich ja noch. Hier müssen wir da hoch. Ja, logisch. Was denn? Was denn? Das ist ja echt cool so. Das ist vorzustellen. Kuh. Duck, 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 duck. Ist ja voll da. Eine mutierte Kuh da. Das nennen wir ein Tierfreundlich. So. Duck, 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 duck. Duck, 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 duck. Duck, 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 duck. Musik Was denn? Das Pferd habe ich noch hier gelassen oder? Irgendwo Was haben wir denn hier noch? Pferd, rechte Maustaste Das muss doch irgendwo hier sein Da ist das Pferd Hast du Fenster offen da oder was? Schätzchen, Schafsberg, was ist denn der Schafsberg oder ist das da oben? Okay Schafsberg ist da oben Das ist da auf der anderen Seite Und Ben Ben ist da Ja, was weiß ich Ist alles ziemlich weit entfernt Dann nochmal erstmal zu Ben Gehen wir nachher zum Schafsberg Ich muss da reiten lernen hier Geh mal zu Ben schon was er macht Ach das mach ich doch mit der Hand hier Das ist gar lecker Wie Auto? Ach du hast Kekses Auto genommen? Hast du verloren? Das ist ja gut so Das macht ja auch immer so Hast du wirklich gelernt von ihm? Müsste ich denn eigentlich wieder Schiffen? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher Stopp, da ist eine Quest Jo, mach ich Mach ich Wollte ich gerade weg, aber hier ist eine Quest vom Wachhauptmann Hat der Vor dem Kreisrennen hier Ich muss erstmal zu Ben Da Grüß dich der Gerät, Servus, schön, dass du da bist Ja, das kommt glaube ich immer darauf an, wie man spielt, was man killt, was für Quest dann macht Ich bin kreuz und quer gelaufen einfach Ich bin jetzt gerade bei Ben Oder ich geh zu Ben So Mal kurz pinkeln hier Stopp, ich kann nicht gehen Ich muss hier noch Schon wieder jemand hier, der eine Quest hat Stopp, stopp Crystal Extraktion Okay Ich wollte doch gerade hier zu Ben, aber nein Passt So jetzt Ich bin jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Your Payment is overdue. My conscience is clear. Whatever happens to you. Just wait and see. When I exact my price, I'll make you rue the day you were born. Schon böse, der Typ hier. Ja, schon böse, der Typ hier. Richtig großer, was willst du machen? Der ist riesig. Schaut euch den mal an. Wenn der andere irgendwas zu ihm sagt, dann haut ihm gleich eine rein und weg ist er. Ja, das ist okay, der Gerät. Das werde ich aber niemand verladen hier, verraten. Von mir aus. Noch mal gerettet von der Situation. Oder aus der Situation eher, nicht von. Machst du Pause von Warfare oder wie? Du hast die Scheide vergrault mit ihrem komischen Geschädter. Du bist jetzt in Sicherheit. Sie hat Rico im Arm und kann dich jetzt nicht mehr ärgern. Also keine Angst hier. Sie können bleiben. Pause vom Leben? Ja, das mache ich auch immer. Ich glaube, wie nur welches Leben, Kappa? Ich habe doch mein Pferd direkt, also mein Esel direkt hier reingeritten. Alles klar, der Gerät. Dann wird es ja Zeit hier. Du kannst ja auch vom Handy schauen oder so. Handy hat doch jeder. Kann ich nur empfehlen. Guckst du nebenbei, hörst du mich und dann kannst du dabei sein. Und dabei sein ist alles. Ganz frech. Hat dir denn... Ach, die Quest habe ich schon angenommen von dem, oder? Das kommt immer so vor, als ob ich die Quest nicht habe. So. Dann rufen sie mein Pferd wieder her. Das ist doch nur ein paar Meter weiter. Tag. Okay, dann gehen wir weiter. Und zwar... Was haben wir denn hier? Schafsberg ist ja ganz weit. Bericht über... Die öffentliche irgendwas. Meldet euch bei Grimhorn. Drakenschreck. Melden wir uns mal. Der müsste ja nicht in der Nähe sein. Door Grimhorn. Mal kurz sprechen mit dem... Mit dem Typen hier. Gibt ja auch einige Sachen hier. Laden. Schau mal, kann ich irgendwas verkaufen? Klar. Das. 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 Weg mit dem Dreck. Was? 20 eintauschen. Knochenhonig. Händler würden diesen Gegenstand zum günstigen. Ja gut. F. Enter. Kürbissamen. Wenn der Zudan, die beim Kochen verwendet wird. Kürb... Was kurz husten. Eine Zutie beim Kochen verwendet wird. Kürbisse können in einem Garten angebaut werden. Verwendet einen Zaun, um ein Feld anzulegen. In dem sie gepflanzt werden können. Sie benötigen einen Platz in einem Garten. Vorkommen können mit Blussenhänden oder einer Hacke auf dem Kürbissen gesammelt werden. Rechtsklick, um den nächsten Ort anzuzeigen. Zäune liegen könnt. Ja nö, das können wir ja behalten. Mal schauen. Tauschen gegen Knochenhonig. Ja da kommen ja noch mehr Killen von ihm, oder? Rückstoß, Rückwurf, Widerstand. Plus 5. Also kann man nicht mehr umgehauen werden. 5 zu 5%. Und für was? Welches Ding? Welches Item kann man damit pushen? Beschlagene Gürtel. Huch, habe ich noch gar kein Ding an. Schwert weg. Habe ich schon Neues. Jaja. Wolfsfell. Brauche ich jetzt auch nicht. Spitzhacke. Ja. Wie viel habe ich da? Egal. Braucht man nach, wenn wir sie brauchen. Kaufen wir sie halt wieder. Kaufen wir sie halt wieder. Kaufen wir sie halt wieder. Hallo Morgen Grau von Shari. Ich soll dir nicht Herzchen sagen, weil sie nicht tippen kann, wegen Nicht-Hund. Oder irgendwie so. Irgendein Nichts ist glaube ich zu viel gewesen. Ich weiß aber nicht wo. Find es selbst heraus.